Auf, auf! Woher geht's? 3 Rennen Ah, ich hab trotzdem meine Motte hier Hier sind wir nun mit der ersten Runde Christen, was denkst du? Wieder ein normales Rennen Pass auf deine Scheinwerfer auf, damit sie im Rennen nicht ausfallen Die Scheinwerfer auf die Scheinwerfer in auf die Scheinwerfer wird Die Scheinwerfer 14 und 0.05. Die Scheinwerfer haben sich um die Scheinwerfer auf der Bühne steckert und die Scheinwerfer nachdem Rennen Das ist besonders wichtig, dass ich wir heute vorstellen Ich habe es gehört, ich habe es gehört, ich habe es gehört. Nein, der geht aber auch gut ab da. Da muss ich den einen am anderen jetzt gerade. Komm, wir wollen nicht vorbei da jetzt. Aber es reicht, um eine Führung zu geben. Ah, es gibt nur zwei Runden, okay. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Na, haben wir mal. Verteidige deine Führung. Verteidige deine Führung. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt hol sie dir. Oh, nicht wirklich rein, ne? Letzte Runde, kämpf dich nach vorne. So. 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 Geschafft. 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 Dritt hat er gewonnen. Gut. Dann haben wir das auch durch. Und damit machen wir dann in der... Aber morgen weiter.